Ich möchte Ihnen nun die Wirkungsweise der einzelnen Funktionen innerhalb von EduDip noch mal kurz vorführen, damit wir sie dann auch in praktischen Übungen gleich anwenden können. Über den Dateiordner oder Dokumente, hatte ich Ihnen bereits erklärt, finden Sie alles, was Sie im Vorfeld hochgeladen haben, beziehungsweise die entsprechenden Standards. So funktioniert es, Zeichenfläche, Millimeter, Papier und Karo, Papier. Haben Sie ein Dokument mit mehreren Seiten hochgeladen, können Sie hier über die Pfeiltasten auf die entsprechenden Seiten gehen, am Anfang oder ganz ans Ende. Wollen Sie die Seiten sich vorher noch mal anschauen, dann können Sie in dem Dokument auf dem Button Seiten sich die Seiten noch mal anschauen und können dann hier direkt die Auswahl treffen. Den Zeichentopf haben wir schon erklärt. Das sind also die Funktionen für die interaktiven Übungen mit dem Schüler. Auch diese können Sie natürlich selbst nutzen, indem Sie zum Beispiel dann auf Dokumenten einen Rahmen setzen bei besonders wichtigen Sachen. Und Sie gehen dann auf Löschen und leeren das Ganze oder Sie nehmen einen Kreis und ziehen den um das und können dann über das Markierungswerkzeug das einzelne Element auch löschen, was schneller geht. Den Zeiger haben wir schon erklärt mit seinen zwei Funktionen und das Schloss ein und aus ist an sich eine wichtige Funktion, um den Schülern nicht das Handwerkszeug in die Hand zu geben. Die nächste Funktion ist das Screensharing. Das heißt, Sie werden jetzt gleich Ihre Bildschirmoberfläche freigeben oder ein Dokument. Beim Screensharing klicke ich auf Freigeben und der Browser stellt mir jetzt alle möglichen Varianten zur Verfügung. Das heißt, ich habe entsprechend die Monitore, Bildschirm 1, 2 oder 3. Beziehungsweise er stellt mir die Anwendung vor, die ich geöffnet habe. Achten Sie bitte darauf, dass das Element, also hier in dem Falle eine Editor-Datei, auch geöffnet ist, also nicht minimiert ist. Und wenn ich jetzt darauf klicke, dann sehen Sie auch hier im Vorschaubild, was gleich zu sehen ist. Das ist wirklich wichtig, wenn Sie einen mehrere Bildschirme haben, dann sehen Sie an der Auswahl, was Sie gerade sehen. Gehen wir nochmal zurück auf die kleine Textdatei. Der Vorteil ist, Sie sehen dann wirklich nur diese eine Datei, also kein Hintergrund und das ist natürlich auch sehr praktisch. Eine Zoom-Funktion haben wir hier nicht. Das heißt, Sie müssen also in den Dokumenten, die Sie auch per Screensharing freigeben, die entsprechenden Schriftgrößen vorbereitet haben. Die Freigabe wird über Freigabe abgeschlossen. Ich habe Ihnen gerade die Bildschirmfreigabe oder Screensharing mit dem Mozilla Firefox gezeigt. Und genau in diesem Punkt unterscheiden sich die beiden Browser Mozilla Firefox und Google Chrome im Wesentlichen. Bei Mozilla haben Sie eine Art Auswahlliste gesehen und im Google Chrome Browser sehen Sie direkt die Bilder von Ihren Monitoren oder von den Anwendungsfenstern oder von den Chrome Tabs. Und das macht natürlich jetzt eine Auswahl besser. Vor allem auch, wenn Sie nur einen Monitor haben, dann sehen Sie hier, ich möchte nicht den Bildschirm 1, die haben ja nur einen, sondern Sie sehen dann über die Anwendungsfenster, welche Anwendung Sie jetzt wirklich freigeben wollen. Damit verhindern Sie auch diesen Bild-in-Bild-Effekt, den man natürlich dann erreicht, wenn man genau den Monitor freigibt, auf dem auch die Konferenz gerade läuft. Hinter dem sogenannten Play-Button verbirgt sich die Einbindung von externen Videos. Und so wie der Name schon sagt, es können nur YouTube-Videos eingebunden werden. Dazu brauche ich natürlich einen Link. Den habe ich mir im Vorfeld aus dem entsprechenden YouTube-Video herauskopiert. Ich gebe ihn hier oben in die Zeile ein. Und so wie ich ihn eingebe, kann ich das Video auch hinzufügen. Sollte das Hinzufügen nicht möglich sein, dann handelt es sich bei dem YouTube-Video um ein geschütztes Video. Das heißt, man sollte also wirklich vorher testen, welche Videos sind für YouTube möglich, beziehungsweise kann ich auch nutzen. Ich versuche es mal mit einem zweiten Link. Und Sie sehen hier ein YouTube-Video von dem bekannten Lehrer Schmidt hat funktioniert. Und jetzt könnte ich das über Abspielen den Schülern vorführen. Und wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich es dann auch entsprechend löschen. Die nächste Funktion erkennbar mit den zwei Personen. Das ist der sogenannte Kameramodus. Wenn ich ihn einschalte, setze ich das Video in die Mitte der Arbeitsfläche. Je nachdem, habe ich eine Person, habe ich mehrere Personen oder habe ich die maximale Anzahl an Schülern oder Teilnehmenden. Dann kann ich also entsprechend hier umschalten und ich sehe dann die entsprechende Anordnung. Die vorletzte Funktion ist unsere Umfrage. Ich aktiviere die Umfrage und habe hier die Möglichkeit, eine neue Umfrage zu erstellen, beziehungsweise eine Umfrage, die ich vorher schon erstellt habe, zu aktivieren. Ich habe jetzt an sich so eine große Auflösung gewählt, damit Sie das Ganze deutlicher sehen können. Aber Sie sehen schon im Hintergrund, da ist die Umfrage. Es empfiehlt sich auch hier, diese Umfragen im Vorfeld der Konferenz bereits einzustellen und zu speichern. Und wollen Sie die Umfrage durchführen, dann klicken Sie auf Start. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Schülerinnen und Schüler erhalten dann ihre entsprechenden Button, also die A, B und C Antwort und man klickt entsprechend drauf. Nach Beendigung kann man das Ganze dann vorführen lassen, also anzeigen und Sie können es auch dann beenden. Ich gehe jetzt auf Abbrechen und gehe zur letzten Funktion. Das ist unser Chat. Er befindet sich ja in der Ausgangssituation neben den Teilnehmern. Und will ich ihn aber aktiv auf die Arbeitsfläche bringen, dann aktiviere ich ihn. Und Sie sehen, ich habe jetzt auf der rechten Seite nur die Teilnehmer, dafür aber den Chat für gewisse Aufgaben, die Sie innerhalb der Fernlernsequenz durchführen wollen, zentral für alle sichtbar. Ausschalten geht nur über das Umschalten einer anderen Funktion oder Sie gehen direkt auf Ihren Schreibtisch und sind wieder in Ihrem Ausgangsdokument angekommen. Die gesamten Funktionen der EduDip-Plattform sind zum Teil selbsterklärend, zum Teil bedarf es auch einer kleinen Vorübung. Dazu empfehle ich Ihnen mit einer Kollegin oder einem Kollegen oder in einer kleinen Gruppe das Ganze einmal durchzuführen. Sie haben ja in jeder Klasse, in jeder Gruppe eine von diesen Konferenzen vorhanden. Und eine Übung ist also jederzeit möglich. Das muss also nicht extra beim Administrator beantragt werden.